Was ist in deutschsprachigen Unternehmen? In deutschsprachigen Unternehmen ist der aktuelle Stand zum Thema Digitalisierung sehr, sehr unterschiedlich ausgeprägt. Es gibt einige Unternehmen, die sehr erfolgreich angefangen haben, den digitalen Wandel für ihr Geschäftsmodell umzusetzen. Man muss allerdings auch konstatieren, dass die breite Masse der Unternehmen noch nicht wirklich begonnen hat, sich mit dem Thema digitale Transformation auseinanderzusetzen. Insofern ist die Spannbreite zwischen den Unternehmen, die schon relativ weit sind, und den Unternehmen, die gerade erst beginnen, sehr, sehr groß. Die Auswirkungen der Digitalisierung lassen sich letzten Endes in fast allen Unternehmensbereichen feststellen. Wir haben natürlich hochgradig Auswirkungen in den letzten Jahren schon sehr stark im internen Betriebsmodell. Aspekte wie die Digitalisierung von Geschäftsprozessen, Social Media oder das Internet der Dinge werden aber zunehmend auch die Art und Weise, wie wir nach außen mit den Kunden unser Geschäft betreiben, verändern. Das heißt, wir haben Auswirkungen im Innenverhältnis. Das wirkt sich auf Produktivität, Kostenvorteile aus. Wir haben aber letzten Endes auch Effekte, die speziell in der Art und Weise, wie wir mit unseren Kunden in Zukunft Geschäft machen, erhebliche Auswirkungen nach sich ziehen. Digitale Reife, das ist, wenn man so möchte, ein Kunstwort, das ein Stück weit beschreibt, dass Digitalisierung nicht von heute auf morgen passiert. Es ist so ein bisschen wie bei Lebensmitteln. Sie müssen reifen, sie brauchen Zeit. Genauso ist es auch mit Unternehmen, die in der digitalen Transformation Erfahrungen sammeln, Dinge umsetzen, manches verwerfen, anderes verfestigt sich. Und so entwickelt sich im Laufe der Zeit ein Set an Fähigkeiten, das schlicht und einfach in der Lage ist, sich im Wettbewerb durch Digitalisierung zu differenzieren oder eben nicht. Das heißt, digitale Reife ist sicherlich im Wettbewerb zunehmend ein Faktor, der nicht zu vernachlässigen ist. Grundsätzlich muss man sich natürlich damit beschäftigen, was bedeutet digitale Reife überhaupt? Über welche Faktoren muss ich mir als Unternehmen Gedanken machen? Hier haben wir am Research Center for Digital Business ein Modell entwickelt, das acht Faktoren beschreibt, die heute für digitale Reife charakteristisch sind. Es beginnt natürlich mit der Unternehmensstrategie. Ich muss mir Gedanken machen, wie genau schlägt sich Digitalisierung im Bereich meiner Strategie nieder? Ich brauche entsprechende Führungsmodelle. Es ist notwendig, sich über Digitalisierung auf Produkt- und Dienstleistungsebene zu beschäftigen. Genauso zu schauen, wie verändert sich unser Betriebsmodell? Und dann habe ich natürlich auch noch viele Faktoren, die haben eher einen weicheren Grad, wie zum Beispiel die Unternehmenskultur, die sich entwickeln muss. Ich brauche die richtigen Mitarbeiter und Kompetenzen. Governance- und Steuerungsmodelle, um herauszufinden, bin ich auf dem richtigen Weg. Und natürlich ist in nicht unerheblichem Umfang digitale Transformation auch mit Technologiefragen verbunden. Denn ohne die Technologie werden wir entsprechend innovative Modelle in dieser Form nicht umsetzen können. Beispiele gibt es mittlerweile in der Tat einige. Auch bei uns in Deutschland gibt es sehr viele Unternehmen, die gerade im Strategiebereich sich sehr gut weiterentwickelt haben. Nehmen wir zum Beispiel eine Branche wie die Versicherungswirtschaft, bei der man jetzt nicht unbedingt unterstellen würde, dass speziell hier im Bereich der Kundeninteraktion besonders innovative digitale Konzepte umgesetzt werden. Das ist allerdings der Fall. Es gibt tatsächlich einige Player, auch einen sehr großen Player, der mittlerweile sehr gut Social Media in eigene Kundenprozesse integriert, der in der Lage ist, Social Media zu nutzen für Marketing- und Vertriebsprozesse. Und mittlerweile ein so gutes System entwickelt hat, auch ein gutes Governance-Modell entwickelt hat, dass es möglich ist, über einen Standort wie Deutschland in unterschiedlichen Agenturniederlassungen zu messen, dass tatsächlich die Interaktion mit den Kunden in Social Media einen relevanten Impact für den Vertriebserfolg erzeugt. Also ein ganz guter Tipp, der aus meiner Sicht sehr schnell zu Ergebnissen führt, ist es schlicht und einfach, cross-funktional miteinander ins Gespräch zu treten. Das Thema digitale Transformation jetzt nicht nur für sein Silo, für seinen Bereich zu betrachten, sondern mit Kollegen aus anderen Funktionsbereichen den Dialog aufzunehmen. Denn digitale Transformation ist ein Thema, das das gesamte Unternehmen beschäftigt. Hier muss man miteinander ins Gespräch kommen und dann entscheiden, wo in unserer Wertschöpfung haben wir denn momentan gute Voraussetzungen, um erste Dinge einfach auszuprobieren. Denn ausprobieren tut nicht weh. Viele Unternehmen haben in den letzten Jahren sehr viel Angst davor gehabt, Dinge auszuprobieren. Das könnte ja schief gehen. Wir sind natürlich geprägt durch die Null-Fehler-Kultur. Auf der anderen Seite wissen wir alle, ohne Fehler ist vernünftiges Lernen nicht möglich. Deswegen ist mein Tipp, redet miteinander und packt die Sache an. Dann werden hier über die Zeit auch sehr gute Erfolge entstehen.